Hey, wusstest du, dass die Kirchenstraße nicht nur ein Straßenzug mit über 200 Jahre alten Häusern ist, sondern auch ein Querschnitt der Bürgerschaft in Brilon? Beschäftigt man sich näher mit den Bewohnern und ihrem Leben, dann finden wir Geschichten, die typisch für Brilon sind. Die Kirchenstraße ist somit ein Panorama für die Vergangenheit der Bürgerinnen und Bürger. Heute haben die Gebäude in der Kirchenstraße eins gemeinsam, das Baujahr. Im Jahr 1808 brach ein Feuer in der Kirchenstraße aus. Die Häuser dort standen sehr eng beieinander und durch die Dächer aus Stroh war es nur eine Frage von Minuten, bis die Flammen die gesamte Straße erfasst hatten. Fast alle Häuser brannten ab oder wurden schwer beschädigt, dass sie abgerissen werden mussten. Die Neubauten entstanden dann unter Vorgabe des hessischen Feuerschutzes. Ausreichend Abstand zu den einzelnen Häusern und Zugangswege für die Löschtrupps sollten fortan verhindern, dass es wieder zu einer Brandkatastrophe kommen konnte. In den nächsten Jahren entstanden vor allem Gebäude, die wir als Ackerbürgerhäuser kennen. Das Haus der Familie Brandenburg in der Kirchenstraße 4 ist ein gutes Beispiel dafür. Es handelt sich um ein zweistöckiges, giebelständiges Fachwerkhaus, dessen Dehle von der Seite für die Fuhrwerke einfahrbar war. Schon allein aus diesem Grund war sichergestellt, dass das Haus genügend Platz zum Nachbargebäude aufwies. Mit dem Namen Brandenburg ist das Haus ab 1873 verbunden, als es an Peter Brandenburg, ehemals aus der Schulstraße, verkauft wurde. Der Landwirt zog mit seiner Familie dort ein und mehrere Generationen folgten. Erwähnenswert ist zum Beispiel die Doppelhochzeit zwischen Heinrich Brandenburg und Maria Schlüter sowie Gertrud Brandenburg und Gerhard Fricker 1925, die schon zu einem kleinen Volksfest wurde. Eine ganz andere Geschichte erzählt das Haus in der Kirchenstraße 7. Erbauer war Franz Heinrich Krüpper, der als Stadtsekretär in Brelon tätig war. Schon früh waren zudem Mieter in den Zimmern untergebracht. Vor allem Tagelöhner fanden hier eine Unterkunft, aber auch Blaufärber, Steuereinnehmer und ein Sparkassenrendant sind als Mieter im Laufe der Jahre nach 1858 aufgeführt. 1917 kaufte der jüdische Bürger und Kaufmann Wilhelm Kohlberg das Haus zusammen mit seiner Frau Emma und vier Kindern. Eine Tochter des Paares hieß Lotte, die Hans de Jong aus Brelon ehelichte und die beispielhaft für die jüdischen Mitbürger stehen, denen es gelang vor der Progromracht 1938 nach Amerika zu fliehen. Die Kirchenstraße 7 dokumentiert so beispielhaft eine schreckliche Episode in der Stadtgeschichte Brelons. In der Kirchenstraße 12 finden wir dagegen mit dem Namen Greve den ersten Glockengießer in Brelon. 1780 zog Kaspar Greve mit seiner Frau Maria nach Brelon. Ob er schon damals in der heutigen Kirchenstraße lebte, ist nicht bekannt. Dessen Sohn Jakob Greve bezog jedoch sicher das Haus. Auch er war Glockengießer wie sein Vater und schickte sich an, die Glockengießer-Dynastie in Brelon weiter zu festigen. Heute ist wohl vor allem der Name seines Neffen bekannt. Heinrich Humbert lebte in der Kirchenstraße 11 und dessen Familie betrieb die Glockengießerei ab 1843. In der Kirchenstraße finden sich so auch Vertreter einer Industriegeschichte, die die Stadt Brelon prägte. Den Abschluss des Querschnitts der Stadtgeschichte finden wir, wenn wir die Kirchenstraße entlang gehen. Direkt neben der Derkernmauer 5, also am Kopf der Kirchenstraße, ist ein kleines freies Grundstück sichtbar. Dahinter erhebt sich ein noch erhaltener Teil der ehemaligen Stadtmauer. 2020 kaufte der Briloner Heimatbund Sempaiden das Fleckchen Geschichte und schenkte es der Stadt Brelon. Fortan können Gäste und Einheimische auf einer Informationstafel des Breloner Altstadtrundganges wissenswertes über Stadtmauern, Pforten und Türme erfahren. Die Kirchenstraße ist also mehr als ein normaler Straßenzug. Sie ist eine Reise in die Vergangenheit der Bürgerinnen und Bürger, die in Brelon Geschichte geschrieben. Die Kirchenstraße ist auch sehr wichtig geschrieben. Die Kirchenstraße ist auch sehr wichtig geschrieben.